Leute, wie ihr wisst, wir leben in einer Welt, die von Illuminaten regiert wird, auf einer flachen Erde mit Reptoloiden. Und ich weiß, es passt eigentlich nicht zu meinem Content, aber ich dachte, ich gebe euch mal ein paar Survival-Tipps mit, mit denen ihr es schafft, in dieser gefährlichen Welt zu überleben. Und zwar basteln wir heute einen Aluhut, um die Gedankenwellen, die aus unserem Kopf strömen, gegenüber den Illuminaten geheim zu halten. Weil, wie wir alle wissen, Aluminium isoliert die Gedanken ab und man kann dann quasi frei denken, ohne Angst zu haben, von Illuminaten aufgespürzt werden. Wir brauchen dafür einen normalen Streifen Aluminium und diesen legen wir uns zunächst auf den Kopf. Nun müssen wir aufpassen, dass wir ungefähr die Kopfgröße abdecken und gehen dann ein kleines bisschen nach oben. Nun, nun knicken wir die Seiten alle zusammen, damit wir eine runde Form erreichen können. Ich werde nur noch eine Antenne an diesen Aluminiumhut basteln, damit wir noch empfangen können, was andere Leute, die genau wie wir denken, damit wir diese Gedankengänge auch mit abhören können. Moment, einmal kurz, einen kleinen Moment. Bis halt zu gucken, dass ihr eure eigene Falttechnik so ein bisschen entwickelt, ist es nicht so einfach mit Aluminium zu falten oder auch zu formen, damit ihr da auch die perfekte Antenne bauen könnt. Aber letzten Endes, wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte eigentlich alles gelungen sein. und Oh, das ist nicht nütz. Irgendwie habe ich da wohl was falsch gemacht. Das ist irgendwie... Oh, das ist mein eigenständig. Ich habe kein Auto vorbereitet. Ich habe die Augen aufzunehmen, wenn ihr seid. Ich habe die Öffentlichkeit, wenn ihr seid... Ich habe das nicht verstanden. Weil ich nun die Chef nicht mehr aufzunehmen. Das ist das ist ja so wichtig. Ich habe hier eine Bedürfung, wir gerade seitника für Rundfung. Ich habe das auch einfach ohne dort zu fåtun. Untertitelung des ZDF, 2020